Wo immer er wandelte, wo immer er lehrte, wo immer er heilte, er veränderte alles. Doch dann wurde alles anders. Er, den sie Meister nannten, Messias, Freund, war nicht mehr da. Doch das größte Wunder sollte noch geschehen. Sein Grab war leer. Er war nicht da. Er ist auferstanden. Er lebt. Und weil er lebt, können wir ihn suchen, rufen, anflehen. Er ist für uns da. Damals, heute, immer. Er ist für uns da. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Er ist für uns da. Wer, wer du auch bist oder wer du auch warst. Er ist für dich da. Ohne Ausnahme. Es gibt für jeden Hoffnung. Immer und überall ist er für uns da. Er ist am dritten Tag auferstanden und er lebt. Er lebt auch heute. Lern ihn kennen. Jesus Christus. Untertitelung des ZDF, 2020